Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge TTT. Heute mit Arthur, Bella, Noemi, Steffi und Tobi. Viel Spaß. Tobi hat die Jutsch leer geschossen. Ah, ich habe einen Chat geöffnet. Ja, das ist mir auch 30 Mal passiert und dann wurde ich die ganze Zeit vom Dach in Schock. Deine Mutter ist Detective. Hallo Detective. Wer war das? Arthur? Ja, Arthur ist tot. Wer war das? Äh. Okay, Devin. Du warst in dem Raum mit Arthur. Ich lebe noch. Nein, du warst nicht in dem Raum mit Arthur. Wer war im Raum mit Arthur? Das töre jetzt jeden. Ich bin bei Steffi. Ja, ich bin auch bei Devin, der mich vielleicht töten wird. Und dann kam Tobias aus der Sonne. Warte, wer ist das, Bella? Hallo Bella. Wo hast du gerade gesagt? Achso. Ah, Noemi. Er war instant tot. Wo denn? Warte, Bella. Niemand mehr? Los. Tobi? Nein. Nein, er ist tot. I killed him because. Dann untersuchen ihn doch. Oh mein Gott. Ja, aber er war ja wohl kein Traitor. Also ist das Devin. Ich war doch bei dir, als Noemi das gesagt hat. Also Bella und ich sind hier gerade zusammen. Ja, und ich auch. Du kommst jetzt später dazu. Ich war doch hinter dir im Haus. Ja, aber du bist wieder gegangen gerade. Also. Ich bin, hallo. Ich bin doch hier. Ich bin hier unten ein Stockwerk unter euch. Und da, da ich Steffi ja gesehen habe. Ich bin der Tata King. Oh nein. Das ist, das ist, das ist, das ist Shooter King Devin. Ist das Devin? Hallo. Arthur ist mir einfach in den Traitor-Raum gefolgt. Und ich häng da gerade mal. Oh mein Gott. Tobias kam aus der Richtung raus, wo Arthur gestorben ist. Und ich instill so, oh mein Gott, er muss es sein. Nee. Arthur ist mir in den Traitor-Raum gefolgt. Arthur ist in den Traitor-Raum gefolgt. Und ich hab dann C4 an die Wand gehängt. Und dann war ich so, scheiße, ich töte ihn jetzt einfach, bevor er irgendwas sagt. Und dann hab ich mich weggeportet. Ich muss immer auf deinen Cheechee gucken. Oh, Tobi, geh mal weg und hör auf mich zum Bodyblocken überall hier. Oh, hi, Detective. Ich muss immer auf deinen Cheechee auf WhatsApp. Ihr könnt nicht mehr an Explosionen sterben. Ich hab Angst vor ihm. Cool, danke. Oh, danke, Detective. WhatsApp, dein, dass du mir geschickt hast. Tobi, ach so, das ist Devin. Ich will ja die Teche. Ich will ja auch was dafür geben. Nein, du gibst mir nichts, hau ab. Töte Steffi. Äh, nein, töte nicht Steffi. Hör auf. Töte, Steffi, töte Arthur so rum. Töte Steffi. Aber ich hab mich direkt schützend vor sie gestellt. Geht jetzt was. Was war das? Ja, ja, töte mich ruhig. Hallo. Hallo. Wir haben auch ein Geschenk für dich. Die benutzen wir zwar nicht, aber ja. Wie bitte? Wie, wie bitte? 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 ganz kurz aufstehen moment ich komme auch ein besonderes ich komme auch beschützt für dich nicht ist das eine feuergranate jetzt sehe ich steffi nicht mehr ist aber kein minecraft hat irgendwie negativ haben ach ja weil du toby getötet hast ja ich habe doch gesagt okay aber ich bin auch in das war bitte nicht töten was das kamer verloren ja hat mir auch angst gemacht hat mich einfach verfolgt gemacht mir immer nicht erschrecken du wirst gleich erschrecken warum macht ihr das immer random ja weil es spaß machen aber ich habe dir ist angekündigt ja immerhin das ich habe gesagt nicht erschreckend ist das die mörder ecke ich jetzt um das ist die mörder ecke bringst du mich jetzt um wieso reibst du dich an der wand hatte ich dachte tobi ist tot stattdessen steht er darf man nicht mit uns mit wohl in meiner wille hier noch eine rumtour geben und ja ich bin auch nur rumtour ich will auch kommt man zu groß steffi hat eine granatenwerfer scheiße du lebst noch ja explosions schaden ist doch aus steffi soll das selber vergeben ja da hatte ich voll die chance man guckt das habe ich voll vergessen habe ich weniger kann mal was aber ich werde trotzdem detektive schießt bella ist traiter habt ihr gehört der last schäfer dann bella oder tobi einer von beiden ok kommt ihr her leute hallo kommt mal mit ja wir müssen das haus stürmen und dann kommt ihr mit ihrem bummerang um die ecke gekackt 99 stephanies ich brauche noch eine pistole jeder einzelne hier war sich aber ja 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 ach so ich ne ich habe schon so jetzt nein ach so hey wo hast du die diegel hingeschmissen da dann bloß kann selber eine diegel weggeworfen okay ich sollte vorher nachgucken welche ich habe erschießt er wie dinge so ein feier ein smoky das riecht nach wenn ich höre schüsse ein paar da oben tobi hat schüssi gemacht tschüssi gemacht tschüssi was ist er haben wir ganz verstanden trade das kenn ich leider nicht doktor Trey? Mr. McGonagall, können wir es wiederholen, das habe ich nicht bestanden. Professor McGonagall! Tobi hat Devin gefunden, der war Inno. Danke Tobi. Das wusste ich noch gar nicht. Wo ist Tobi? Genau. Da drin. Wir müssen den SWAT teamen. Wartet mal, wartet mal. Wir sind nicht SWAT teamen. Ne, wir warten nicht. Doch, doch. Wir müssen mal warten. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, bitte kurz warten. Devin, was wolltest du sagen? Tobi ist Traitor. Ich fand das lustig. Okay. Komm mit oben den Händen raus aus deinem Haus. Wir nehmen dich fest. Komm aus dem Haus. Ich glaube, er hat sich geheilt. Ich glaube, er hat sich geheilt. Wir drücken dem alle. Deine Weg, stelle dich der Gefahr. Ah, fucking hell, ich kann nicht treffen. Alles, was wichtig ist. Ist das immer noch auf dem Dach? Ja. Oh, sag das doch. Wir brauchen jegliche Informationen, wir müssen zusammenarbeiten. Er ist auf der Oretage. Aber dann war das vielleicht unnötig. Nee, das war schon richtig. Der ist unten. Ich lade nach. Erste Stockwerk. Lade nach. Lade nach. Ich fängte das Magazin. Lade nach. Blankanate. Liebe Blöken. Sorry. Die Musik beruhigt mich zu sehr, da bin ich nicht genug angespannt. Stefanie, guckst du weiter auf das Haus? Ja. Okay. Warte, ich hole mir kurz was aus dem Laden. Fangen. 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 Woh! Er ist nicht gefangen. Wo ist der? Ist der unten, oder? Ja, draußen. Oh fuck. I have ice on him. Da ist er. Arthur, snap it back. Suspect is on the move. Put your hands up in the air. Obre der Etage, Holzhaus. Ja, ich hab's gesehen. das war ein bisschen unnötig egal es war gar nicht so unnötig ato bist du tot das könnt ihr mir doch nicht antun ich habe keine punkte mehr was könnte ich dir das das war so eine schöne trader runde toby